Was geht von der Außenwelt? Wir switchen Rewind. Let's rock! So, das wird eine geheime Byram-Fest für Bashkim. Besorgt alle schon mal ganz viel Buckcloth. Das wird das beste Byram-Fest. Ah, meine Rolex sagt, ich bin zu spät. Beste Rolex ever alten... Okay, ist ne Rolex. Stimmt, hatte recht. Ich muss Bashkim ablenken. Ich muss Bashkim ablenken. Hallo, Frim. Bashkim, wir müssen den Bus kriegen. Fahren wir? Wieso ist ein Klu-Rock unter Wasser, Alter? Nach Kosovo. Hey, der bist mir da. Alter. Oh, Frim, das wird der beste Byram. Wir fahren nach Kosovo. One kiss is all it takes. Oh, unsere Busfahrer ist verrückt. Jetzt war ich auch schon fast nicht erschrocken, Alter. Wenn das der Busfahrer ist, würde ich mir jetzt aber Gedanken machen. Was hat der weggetreten? Skip, aber wann wird das Spiel fucking gut? Ich muss dringend auf Toilette. Busfahrer, bitte anhalten. Shut the fuck up. Das ist der beste Byram. Ich will Backlof und Chebob und viel Sucuk. Während da Frim Bashkim abgelenkt hat und mit ihm mit Bus rumgefahren ist, haben unsere Freunde die Byram-Feier vorbereitet. Wow, um nach Kosovo zu kommen, muss man durch New York fahren? Das wusste ich nix. Ich kenne New York nur von Kevin, allein in New York. Ist wirklich groß? Ich kenne... Ja, ich auch. ...Afrim. Der Flughafen ist auch sehr groß, Afrim. Wow. Wow, Afrim, warum fahren wir durch eine Büro? Scheißen Dreck, was sind das für Menschen? Die sehen alle verrückt aus, Afrim. Und ich werde nicht gehen. Was? Die Show geht weiter. Anders kriegen die mich hier nicht raus. Habe ich was verpasst? Ist das auch eine der neueren Folgen? Bashkim, die sind alle besoffen. Ja, das würde ich jetzt auch so einschätzen. Die sehen alle aus wie mein Muna. Bashkim, warum schreien die wie Gorilla? Eine Ewigkeit später. Endlich zu Hause, Afrim. Bei Lamen Kosovo. Das war auch eine lange Fahrt, Besehme. Und eine abenteuerliche. Einfach mal über den Flugplatz. Ja, kennst du nicht? Oh, war echt... Fantastik. Warum ist mein Haus total schulden? Er klopft trotzdem noch an. Eine Überraschungsfeier. Ja, für Bayram... Wie lange musste er den ablenken, Alter? Ich glaube, ein bisschen übertrieben. Für Bashkim von deinem größten Fan. Hm? Wer ist mein Fan? Hallo Freunde, hier ist Jackie Chan. Ich wünsche euch alles Gute zum Bayram-Fest. Hallo Freunde, was geht abkommen, dass wir das nicht gefallen, Freunde? Freunde, das war ein neues Spongebob-Parodi. Nichts vergessen zu liken. Kommentieren. Und Gluck aktivieren. Und Freunde, wenn ihr mehr Parodien sehen wollt, dann schreibt mal in die Kommentare. Liken nicht vergessen, Freunde, damit der Algorithmus wieder ein bisschen hoch geht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das war echt total cool. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. Diesen Fall abschließt mich und bin damit draußen.